Äh, Loco, beeil dich, der Zug ist gleich da, die Bahn, wir verpassen die Bahn, oh nein, die Polizei ist gleich da, oh nein, wir müssen ganz schnell rein, wir müssen ganz schnell rein, oh oh oh, ja, ich bin drin, ich bin drin, denn Leute, wir dürfen heute nur mit der Bus oder der Bahn fahren. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir der Polizei noch entwischen können, doch, Leute, wisst ihr, was noch, noch ganz, 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 ganz wichtig ist, unsere Channel zu abonnieren und diesem Video hier einen Daumen nach oben zu geben, Leute, denn so zeigt ihr uns, dass ihr das feiert, was wir machen und so machen wir dann auch mehr davon, Freunde, alles klar, jetzt aber ganz viel Spaß beim Video. So, Leute, ja genau, da ist der Zug doch endlich, Mannometer, Freunde, wir haben hier jetzt auch schon wieder eine halbe Ewigkeit gebraucht, hier, ich hab Bomben dabei, ich hab ne Sniper dabei, ich hab die G36 und natürlich Schlagringe dabei, Leute, wir sind hier vollkommen voll bewaffnet und jetzt aber erscheinen den Zug, ja genau, 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 ganz voll rein, so. Also, du bringst uns jetzt, du bringst uns jetzt zum Juwelier, ist das klar, ist das klar, ich hab meine Waffe in der Hand, du bringst uns jetzt zum Juwelier, ja, ehrlich, ab zum Juwelier, ohne Widerworte, schneller, vor, schneller, oh, ist aber schön warm hier draußen, ist so kalt, oh, ja, hier wird es wirklich warm, oh, ich bin gespannt, was, was der gleiche, oh, zwölf Polizisten auf dem Server, zwölf Polizisten, oh, ich glaub, gleich wird uns einiges erwarten, Freunde, beim Juwelier, das wird ja heftig gleich, aber, okay, wir sind gleich da, Sollte vielleicht einer Wache halten, kann sein, ja, vielleicht, hier ist auch ein Automat noch, ui, okay, Ja, weiß nicht, ich wollte mich, die Polizei, okay, ich sehe noch keine Polizei, ich sehe noch keine Polizei, wir können noch, ich meine, ich meine, ich bin dem Automaten, ach so, ja, 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 ach, stimmt, ja, das ist ein bisschen, genau, 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 alles klar, los geht's, Leute, los geht's, da haben wir jetzt den Zug benutzt, Leute, mit dem Zug sind wir zum Juwelier gedüstet und jetzt geht die Post ab hier, Freunde, alles klar, die Post ab, so, ui, Können auch gleich mal testen, ob das mit dem Schlagring vielleicht wirklich schneller geht, ja, stimmt, genau, 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 okay, so, Freunde, dann wollen wir mal, dann wollen wir mal, dann wollen wir mal, ja, 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 so, so, nee, ich glaub nicht, ah, denk dran, Red Bull zu trinken, weil du jetzt ja nicht mehr schlagen kannst, Stimmt, ganz genau, Leute, ganz genau, so, noch ist kein Alarm hier losgegangen, jetzt aber, Leute, jetzt aber, oh, jetzt geht's ab, und alles mitnehmen, Leute, fette Beute machen, fette Beute, zwölf Polizisten, das kann gleich, das kann gleich ordentlich edge werden, Leute, okay, so, und denkt dran, Leute, wir dürfen jetzt nur den Zug benutzen, oder den Bus, je nachdem, vielleicht auch ein Taxi, wenn ihr eins vorbeikommt, das ist ja meistens sehr unwahrscheinlich, ich weiß gar nicht, welche Routen die Taxis fahren, ich hab super selten Taxis gefahren, ich hab selten Taxis gesehen, das müssen wir mal machen, ich hab, ich hab jemanden rufen hören, aber keine, noch kein Ding, oh Gott, oh Gott, so, hier auch noch ein paar Ketten mitnehmen, jetzt, also die Schläge fühlen sich irgendwie, ja, oh, okay, wir sollten abhauen, wir sind zu Fuß, oh nein, oh, der hat mich fasst, der hat mich fasst, oi, 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 o ich treffe nicht ich habe ja 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 erst fast er ist auch sehr gut und der nächste unter links und der nächste oder ein bisschen gut ist gut gerade so ich habe das war ja heftig man war das heftig ich pass auf dass die nicht von der seite so einer haut ab einer haut ab gleich direkt zum container gleich geht es zu den container leute dass unser nächster wenn wir hier leben drunter kommen mit dem neuen update wird es ja richtig schwer polizisten ja 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 auch polizisten oder kommt ein neuer kommt er auch schon wieder ein zwei mal getroffen er hüpft zu viel die anderen stehen auch gleich wieder der andere steht auch gleich wieder okay die anderen stehen wieder wir müssen irgendwie runter ich weiß nicht wie wir leben runter kommen genau über das schade vielleicht hier unten ist noch einer der andere steht wieder da steht ja 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 ich glaube dass auch kreiber sich okay schnell 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 los ich habe keinen schaden oder ich habe keinen schaden am nice bin verhältnis wir haben ein klein kollegen jetzt sehr gut sagt ja okay genau 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 so sehr gut sehr gut sehr gut wir müssen auf die andere seite jetzt können wir auch den automaten mitnehmen oh mein gott wir haben ihn so knapp verpasst was denn schlauer wenn wir laufen ja okay 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 zumindest jetzt den ersten dann egal das sind nur zwei energies drin okay okay leute ab geht dann lass hier einmal im kreis einmal hier wieder richtung straße weil ich glaube die verfolgen uns gerade eh nicht vielleicht macht ihr video fragt ihr ja du bist dabei du bist im video ganz genau grüße gehen raus genau okay ich muss schon wieder ein schlückchen trinken hier sorry dass ich dir einen sniper schuss gegeben habe können wir jetzt eigentlich direkt zum container eigentlich und da richtig action machen ich meine wir haben die polizei gerade schon echt heftig aufgemischt ey gerade waren zwölf polizisten jetzt auf einmal acht es ist noch eine offline gegangen lol wir haben die polizisten so hops genommen oh mein gott heftig wohin schreibt der kollege ja 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 ups äh warte ich schreib mal hafen so zum hafen mir schreibt auch jemand aber nur bus und bahn so jetzt weißt du bescheid alles klar sehr gut sehr gut leute ich komme nicht klar darauf der eine hätte der mich getroffen mit dem mit dem taser ich wäre ich wäre das wäre das wäre schon das ende gewesen genau genau alter das war ja der wahnsinn dass das mit dem dach so gut geklappt hat bei mir ja genau das war td weil ich da auch so mal gute überblick tatsächlich richtig wir müssen einfach direkt wenn wir erwischt werden immer genau 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 nach oben immer nach oben da natzen wir die einfach komplett weg also wirklich dass das ist ja das ist ja ist ja ich meine wir laufen gerade zum fuß leute genau 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 wir haben sie auf dem server mit zwölf polizisten hier hier habe ich es genommen aber hier ist ein automatisch nehme ich diesmal mit ab geht die post leute Oh yeah, zwei Kekse, ich brauch nämlich wieder ein bisschen Kekse, 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 so am Schnelltummeck, ey. So, ich schweif mir ein Energie rein hier. Oh, das müsste man auch noch geben können, neben Geld, also Items übergeben können. Ja, 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 true, das stimmt. So, sehr gut, Freunde. Ich glaub, der Kollege hat sich ausgeloggt. Ja, ich glaub, der hat gerade noch gesagt, er hat keine Energies mehr, ich glaub, der respawn einfach oder so. Oh, aber gut. Aber dann können wir, okay, hier geht nicht mehr, vielleicht links ist Dünne. Hier ist aber irgendwie der. Ja, true. Ich hab schon wieder gleich keine Munition mehr, wir haben einen Ausraub gemacht und direkt wurde an den Shops genommen. So, okay, vielleicht geht das, vielleicht geht das und es geht nicht, nö, ach man, Furz. Nee, ach Gott. Okay, 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 da sind wir auch schon wieder und hier kann man die Sachen natürlich ausrauben. Ich lass erstmal dein hochgehen und geh direkt zu meinem Container, den Bloco hat keine eigene Baume. Für den Goldwaren. Für den Goldwaren. Genau. Ich bin arm, Leute. Ich kann mir keine Proppen leisten. Du leid. Steh, steh, steh weg. Und, oh, Leute. Kann dir das? Außerdem gibt's neun Polizisten hier auf diesem Server, Leute, neun Polizisten. Ich hab ne Pistole hier auch noch, paar Energies, leider keine Goldwaren. Kann mir das Geld ja jetzt sogar wieder zurückgeben. Ey, stimmt, Leute, stimmt. Ah, geil, seit dem neuesten Update. Und, Leute, ey, auch Kuss, Kuss, Kuss geht raus an alle, die uns irgendwie mal stumpf was senden, ob die uns sehen aufs Server oder nicht. Das ist der absolute Hammer, Leute. Wir sind schon über 300.000. Genau. Ich hab mir ein paar Sachen gekauft. Aber ihr unsert die Videos, Leute. Genau, wirklich, wirklich, wirklich. Ohne Witz, also wirklich ehrenhaft, Leute, ehrenhaft. So, alles klar. LKW-Fahrer, oh. Hä? Kann man da auch einsteigen? Ich mein, so als, als Dings. Hä? Ich vermiss unsere Autos. Ey, warte, ich will einsteigen, Mann, ey. Mann, okay, dann müssen wir da weiterlaufen. So, ab geht die Post. Okay, let's go. Ja, bis jetzt noch gar keine Polizisten, obwohl jetzt zehn Polizisten auf dem Server sind. Vor allem keiner. Aber egal. Dann nehmen wir jetzt erstmal wieder... Das könnten wir auch machen. Mal gucken, wenn wir, wenn wir Serien hören, wenn wir Serien hören, können wir uns das Ganze nochmal machen. Auf jeden Fall würde ich sagen, neuer Server. Also gehen wir auch direkt wieder zum Juwelier. Genau. Juwelier-Action machen jetzt definitiv. Hier mit dem Zug dahin natürlich, wie es gewohnt ist. Oder vielleicht mit der Bus. Wir gucken gleich mal. Vielleicht fährt ja auch ein Bus dahinten. Das wäre natürlich nice jetzt. Das wäre natürlich nice jetzt. So, erstmal wieder ein Stückchen hier. Ich glaube, hier vorne direkt. Ich glaube, die ist gleich hier vorne. So. Okay. Stimmt. Da bei dem Automaten. Aber ja, ja. Deswegen. Die ist nicht weit entfernt. Aber ich habe ein gutes Gefühl jetzt irgendwie. So, ich sage zwei Minuten. Ich sage zwei Minuten. Ich sage zwei Minuten. So. Was sagst du? Ich sage sechs Minuten. Okay. Oh, acht Minuten. Lol. Aber das ist eh die falsche Seite. Ach so. Ach ja, stimmt. Okay. Und drei Minuten. Okay. Ich gucke mal ganz kurz bei der Busseite. Du hast doch recht gehabt. Hast du nicht drei Minuten gesagt? Habe ich drei Minuten gesagt? Ich weiß nicht. Zwei, zwei, drei. Irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich gucke ganz kurz hier vorne. Ja. Ich bleibe hier kurz stehen schon mal. Obwohl nicht. Ich gucke kurz. So, Leute. Checken wir mal ab. Fährt ein Bus? Fährt ein Bus? Fährt ein Bus? Fährt ein Bus? So. Freunde, Freunde, Freunde. Wir müssen sonst mal bei uns auf dem Discord Bescheid geben. Ey, Leute. Checkt auch die Beschreibung von unserem Discord. Auf jeden Fall. Überlegt, dass wir eben ein Video für ein paar Busfahrer auf dem Server brauchen. Genau. Leute. Weil dann können ein paar von euch natürlich die Busfahrer spielen. Und wer weiß. Vielleicht steigen wir dann bei euch ein und hauen dann vor der Polizei ab. Das wäre ja auch witzig. Ja. Das wäre richtig cool. Kriminelle Busfahrer. Genau. So, Leute. Der Zug ist endlich da. Da vorne kommt der auch schon. Ich habe vier Sterne. Wie viele hast du? Äh, vier auch. Auch vier. Eieiei, Leute. Jetzt gehen wir mit vier Sternen. Und voll bewaffnet gehen wir rüber. So. Schnell reinsteigen. Schnell reinsteigen. Schnell reinsteigen. Schnell reinsteigen. Ich bin schneller. Oh, ja. Ich habe gewonnen. So, und rein hier. Let's go. So, Freunde. Oh, Mann. Ich hätte mir noch Snacks einkaufen sollen. Ich habe doch Kekse. Hier ist doch ein kleiner Laden. Da hinten rechts. Hier. Guck mal, wie geht es? Boah, Snickers, Leute. Boah, Snickers. Ui, 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 ui. Boah, da hinten sehe ich sogar einen kleinen Dönerladen. Was ist das für einen kleinen Döner holen hier? Boah, Döner. Ich habe schon lange kein Döner mehr gegessen. Oh, ich will Döner essen. Aber fühlt mich. Ja, ehrlich. Ey, du bist doch gerade in Deutschland. So, ja. Auf jeden. Eigentlich kann ich... Ja, vielleicht gehe ich... Boah, wäre eigentlich eine geile Idee. Zum Abendessen oder so. So, Freunde. Wir sind jetzt unterwegs zum Juwelier. Mal gucken, was da jetzt los ist. Wie viele Polizisten... Elf Polizisten gibt es hier auf dem Server. Leute, das wird gleich eine Action-Show wieder. Oh, hier geht schon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte. Ich würde sagen, wir schießen erstmal. Warte, wann kommt der andere Zug denn? Warte, warte, warte. Genau. Lass erstmal nachgucken. Erstmal ein bisschen auf Save. Aber da ist jemand anscheinend... 2 Minuten. Wir können 2 Minuten Action machen. 2 Minuten. Okay, okay, okay. Und dann können wir zur Not abhauen. Okay, okay, okay. Alles klar. Die hauen ab. Die hauen ab. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, okay. Ist hier ein Dealer? Ey, hier ist auch kein Dealer, Leute. Okay. Belastend. Okay, wir können mal nachgucken. Ey, wir müssen unbedingt einen Dealer vorher machen. Ich habe sogar noch Gold dabei. Also vom Container. Wir müssen... Das macht ja... Boah, es kommt hier ein Bus zufällig? Ähm... Hier... Ne, keine Busverbindung, leider. Äh... Aber vielleicht kommen ja gleich noch ein paar Leute. Das wäre natürlich krass. So. Ich mach schon mal eine Leiter auf jeden Fall zum Dach. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hier ist, äh... Zwei Juweliere. Äh, äh, Diamanten meine ich. Diamanten? Okay, komm. Bei den Diamanten einstecken. Das ist eh mehr wert als... Lass erstmal... Lass erstmal ein paar Mal draufhauen. Überall. Weil dann können wir die einfacher kaputt machen. Das bringt nichts, das resettet sich. Achso, ey. Oh, das ist ja doof. Okay. Ja, dann. Ich hab einmal, äh... Versuch, Polizei zu trauen. Ich glaub, ich hab eine Million mal auf diese Gläser geschlagen. Wenn du irgendwie zwei Sekunden wartest oder so. Okay, stressig, ja. So, Leute. Alles einsammeln, alles einsammeln. Ich bin den Diamanten, lieber. Ja, gleich. Der ist mir zu weit im Raum drin. Hehehe. Neee. Ich versteh, ich versteh. So. Alles klar. Ich muss schnell flüchten können, Leute. Ich geh schon mal aufs Dach. Ja, ja. Ich schlag dir noch mal dagegen. Oh, ich sähe Polizei, glaub ich. Ja, komm, Polizei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. So. Oh. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Ich kann den nicht treffen. Der ist mega am Längen. Ich kann den aber nicht treffen. Also, ich konnte ihm keinen Schaden machen. Ja, ich weiß nicht. Ich hör aber Schüsse. Ich hör aber Schüsse von der anderen Straße aus. Ähm. Aber... Leute, meine Beute sind... Wir können das auch so machen. Wir waren ja beide noch nicht beim Dealer, dass wir bis zum Ende der Folge nicht zum Dealer gehen. Boah, Leute. Okay. Das wär natürlich krass, Leute. Kommen wir mit der Beute oder... Oder kommen wir mit dem Knast? Okay, okay, okay. Ich komm raus. Ich komm raus. Ich komm raus. So, so, so. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Okay, okay, perfekt. Okay, okay. Der, ich glaub der, der hilft. Schieße, schieße, schieße. Oh, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Ich hab einen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das bestimmt... Da kommt, glaub ich, ein anderer. Ja. Ich komm hoch jetzt. So. Alles klar. Freunde, ich bin auch gleich oben. Jawoll. Sehr gut, Freunde. Bin Fan. Ja, nice. Hallo. Oh, hä, hä. Oh, Auto, Auto, Polizei. Ja, und das ist ein zweiter Wagen. Zag, äh. Oh. Nachladen. Oh, ich hab nicht mehr so viel Munition. Ah, zack. So, und... Ja, ich hab ihn. Sehr gut. Boah, was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist jetzt so krank. Einmal getroffen. Alter Schwede. Alter Schwede. Freunde, wie viele Polizeiautos sind denn hier? Das ist noch der Fall. Ey, die, ich hoff die Leiter verschwindet gleich. Ja. Das wär noch sehr von Vorteil. Guck mal von der Seite, okay. Ey, kommt hier mal durch, hier kommt hier mal durch. Vorsicht. Ja, 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 ja. Und, oi. Der ist, lol, der ist ins Auto wieder. Lol. Hier der andere, der steht wieder. Oh, ja, der steht wieder. Hey, hier ist noch einer. Wir beide wieder erwischen. Aber ich glaub auch Crime. Ja, sehr gut. Oh, stimmt. Ich zieh mal auch meinen Crime-Dingsbums hier auf. Stimmt. Das wäre sehr von hilfreich. Genau, Freunde. Ganz viele schreiben auch immer so. Warte mal. Da, da, da. Ich hab ihn einmal erwischt. Ich auch. Das heißt, er kann echt nicht viel Leben haben. Sehr gut. Auf einmal voll die Crime-Gang. Was geht ab hier? Oh, was ist hier los? Oh, hier ist ne Leiter. Hier ist auch noch ne Leiter auf einmal. Fünf kriminelle Sniper auf einmal. Let's go. Let's go. Voll die Action. Oh nein, warte. Hier ist einer oben. Oh. Alter. Hier oben. Hier oben, Polizist. Ja, ja. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Ich hab ihn erwischt. Wir müssen aber ausnahmsweise trotzdem zum Dealer, weil ich keine Munition nehme. Oh, ja, 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 ja. Oh, hier ist noch einer. Oh, hier ist wieder einer. Er ist wieder Leben. Er ist wieder Leben. Der hat Flut. Hier hinter uns. Oh Gott. Hier, 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 hier. Welcher? Achso, der da. Oh, oh, oh. Ich hab ihn einmal getroffen. Oh. Ich hab ihn. Jawoll. Alter, ich bin super Stipe. Wer will denn hier überhaupt irgendwas machen? Wir müssen hier. Da vorne, da vorne. Ey, da vorne das Auto. Da kommt einer hoch. Ja, ich hab ihn. Einer ist hochgekommen. So. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Ui. 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 Ab geht los. Ey, da hinten. Da steht irgendwer. Okay, der ist glaub ich. Ne, der ist auch gekommen. Okay, da. Da hinten tanzt einer einfach. Lol. Der tanzt einfach. Ja, den mein ich. Achso, lol. Okay. Jo. Jo. Okay. Ey, ich hab den so häufig schon getroffen. Muss eigentlich so gut wie down sein. Oh nein. Irgendwer. Irgendwer schießt auf mich. Oh, schnell Kekse. Was? Irgendwer hat auf mich geschossen. Aber ich glaub mit Pistole. Ich glaub der unten. So. Wir könnten halt gucken. Sehen wir wann der Zug kommt von hier. Ne, ich kann's nicht erkennen leider. So. Müssten aber laufen wirklich. Sehr gut. Okay, komm wir erledigen alle. Alles klar. Der unten ist immer noch da. Ja. Jetzt ist er K.O. Jo. Alles klar. Runter. Alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawoll. Laufen, 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 laufen. Das ist ein Polizist. Ne, oder? Ne, ist keiner. Ne, 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 ne. Okay, okay, dann. Ab geht's jetzt. Ab geht's. Audi hinter uns, Lilana. Ja, ja. So. Mercedes hinter uns. Klingt noch ein Schlückchen hier jetzt. Ui. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Keine Autos. Wir fahren nicht mit Autos. So. Keine Autos. In acht Minuten. Oh nein. Da war der erst gerade hier da. Oh Mannometer. Oh oh. Oh. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. So, Freunde. Ab geht's. Ab geht's. Genau. Ab geht's. Ab geht's. Komm, einer, einer. Ich glaub, ein Polizist folgt mir, oder? Ne, gar nicht, oder? Ist das ein Polizist? Ich check's nicht. Ne, ich weiß es nicht. Lamborghini kommt. Er, ein Lambo. So, Leute. Ab geht die Post. Aber was wir schon wieder für Action gemacht haben. Alter. So viele Polizisten. Das ist krank. Wir sind immer noch nicht K.O. Also ich hab einen Diamanten, vier Gold und zehn Schmuck. Das ist jetzt nicht die Ultra-Beuter. Aber dafür mindestens 20 Polizisten offen gewesen. Ich hab auch einen Diamanten und 14 Schmuck. Und, äh, noch eine Glock. So. Ja, nice, ey. Funny, okay. Oh. Noch ein Energy hier. So. Eieieieiei. Hast du überhaupt noch eine Bombe? Ne, ne? Ne, ne. Wir müssen jetzt sowieso einmal ganz kurz zum Dingens. So. Alles klar, Freunde. Ist hier einer? Ähm. Oder zum Schmuggler. Ne. Mit etwas Glück. Hat der Schmuggler auch was. Ja, mit etwas Glück hat der eine. Gucken wir mal, was der Schmuggler heute so feines im Angebot hatte. Ah, okay, Leute. Ich hab diese. So. Oh, Junge. Oh, ich hab 8.000 von, von, von Jussi bekommen. Ich hab 8.000 von Jussi bekommen. Ehre. Dankeschön. Lol. Ist der Lkw-Fahrer noch da? Ja, sieht so aus. Und unsere Autos auch, Leute. Da könnt ihr mal sehen. Wir haben unsere Autos hier am Anfang geparkt. Hä, hä, hä. Deswegen. Und jetzt, die steht immer noch hier unten. Äh, äh, Notrufhaber gesucht sie. Die hat mir auch noch mal 8.000 gespendet. Ehre. Dankeschön. Ehre. Ehre, Ehre, Ehre. So. Und jetzt machen wir mal Action hier. Und checken erstmal ganz schnell den Schmuggli ab. So, da hinten kommt auch ein, äh, ähm. Oh, da kommt einer hoch. Ich weiß nicht, ob das Polizist ist. Ich glaub aber nicht. Ich hoffe erstmal schnell zum Schmuggler. Jo. Oh, ey, ey, ey. In der Hoffnung, dass der nicht auf Bomben hat. Okay, ich hab ne Sniper gehört. Er hat keine Bomben. Oh, Mann. Oh, 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 ups. Keine Bomben für uns. Wir können fragen, habt ihr Bomben? So, ups. Mal gucken, ob die Bomben haben. Vielleicht kann ich denen Bomben abkaufen. Tee, stimmt, Leute. Nee, sorry. Oh, schade. Schade. Leider nicht. Ups, ups, ups. Okay. Erwähne nochmal, dass du dafür bezahlen würdest. Äh, äh, ja. Warte, warte, warte. Am Ende. Kann man bei dem hier nicht einsteigen? Kannst du hier auch einsteigen? Nee. Nee, nee, nee. Schade. Also Doppeldecker. Schade. Oh, Mann. Ich will da hoch. Ich will da... Oh, lol. Lol. Ich verschieb das ganze Ding. Ohoho. Ey, ey, ey. Der Typ hat ne Taschenlampe. Ist der nicht Polizist dann? Äh, nein. Hier. Ne, achso. Achso. Äh, lol. Ich hab gar keine Taschenlampe. Also hier, äh, beim Werkzeugladen. Aber ich kann... Ich hab hier ne Taschenlampe. Äh. Äh, stimmt. Nee. So, okay, Freunde. Wo ist denn der nächste? Okay, ja, Leute. Absolut. Dealer. Genau, genau, genau. Einmal abschalten hier. Gucken wir mal. Aber das war doch eigentlich bis jetzt schon mal richtig, richtig gut, ey. Wir haben zweimal die Polizei wirklich absolut tops genommen. So, ein Stückchen trinken hier. Oh, von Juicy 8000. Kuss geht raus. So, Ehre, Ehre, Leute. So, Freunde. Ab geht's. Ich glaub, die beiden haben nicht ganz verstanden, was ich mit nur Bus und Bahn meinte. Ich glaub ich auch nicht. Nur Bus und Bahn. Das glaub ich auch nicht. Nur Bus und Bahn. Tee. Okay, Freunde. Ich hatte gerade nämlich in den Discord einmal reingeschrieben so, dass wir nämlich jetzt eine Folge nur Bus und Bahn fahren. Oh, der Zug ist da. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell hinterher. Oh nein, ich schaff das nicht. Oh mein Gott. Ich krieg den nicht. Oh mein Gott. Du musst ohne mich fahren. Du musst ohne mich fahren. Ja, ich hab's auch nicht geschafft. Oh mein Gott. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Das ist ja ärgerlich. Ich guck mal nach Bus. Ja, knapp. Ich guck mal nach Bus. Ansonsten wird's vielleicht Zeit für einen kleinen Server-Switch, oder? Wir warten halt. Ja, das ist auch ne Idee. Server-Switch ist auch ne Idee. Ja. Okay, okay. Wir müssen eh einen Dealer. Wir könnten ja noch mal kurz den Marsch zum Dealer machen. Ja, muss der. Obwohl, vielleicht ist hier dennoch reiner. Lass uns hier ausgucken. Ja, okay, okay, okay. Wir gehen. Tschüss. Oh Leute, da ist jetzt auch der Dealer endlich hier beim Zug. Und da kommt auch schon der Zug, lol. Äh, passendes Timing. Können wir mal gucken hier, unsere ganze Beute ja nicht loswerden. Oh, ich hab die Diamanten gar nicht beim Schmuggler verkauft. Och, wie doof. Euch auch. Stimmt. Aber egal. Dann erst mal die Glock hier aufverkaufen. Dann sind wir schon mal wieder weit über. Schmuck abgeben. Dann verkaufen wir auch. MP4 auf auch. Der Schlagring geben wir zurück. Und dann nehmen wir uns jetzt noch mal kurz den Schmuggler. Genau. Tee. So, Leute. Da sind wir auch schon. So, Leute. Da fährt unser Zug. Ganz genau. So, dann wollen wir mal ab zum Schmuggler. Natürlich ist er jetzt hier am anderen Ende da gewesen. Aber wir hatten richtig Glück, dass der Zug hier gerade vorbeigekommen ist. So. Alles klar, Freunde. Und dann gehen wir zum kleinen Schmuggli jetzt hier. Zum kleinen Schmuggli und verkaufen Zeug. Oh, jetzt dürfen wir hier nicht mehr, oder? Ich hasse es. Machen wir hier wahrscheinlich, ne? Ja, ich hasse es nicht. Du kannst es vergessen. Am Ende geht man K.O. Ja, stimmt. Aber trinken Energy, damit du rausspringen kannst. Ja. Sonst sitzt du da wasserfest. So. Alles klar. Wow. Kurz nass gemacht hier. Und da verkaufen wir erstmal den Diamanten. Den Diamanten. Oh, der Sniper im Angebot. Völlig doch mal auf hier. Wir haben jetzt schon wieder fast eine halbe Million Leute. Und der Bugatti ist nicht mehr weit weg. Mega nice. Und dann haben wir auch alle ersten drei Fahrzeuge, Leute. Und dann wird es auch immer leichter. Genau, genau, genau. Ab dann sollte es eigentlich nicht mehr so lange dauern. Den Rest auch noch zu. Und für mich ist es der Bentley, Leute. Ich hole mir als nächstes den Bentley. So, genau. Den Lambo haben wir uns ja letztens auch geholt. Genau. So, Leute. Das war doch eine spannende Folge. Ey, das war voll die Action. Also wirklich. Das war richtig, richtig Action. Ja. Auf jeden Fall. Leute, checkt die Beschreibung. Checkt unsere Beschreibung. Für alle möglichen Links. Lasst gerne noch ein Like da. Abonniert Lokos Channel. Abonniert auch gerne meine Channel. Kommt in unsere Discord-Druppen. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ja. Du verpasst hier tägliche Uploads. Genau. Und aktiviert die Glocke. Weil sonst wird sie in der Abo-Seite nicht angezeigt. Genau. Immer super synchron. Geil. Okay. Tschüss, Leute. Tschüss. Bye-bye. bye-bye. Vielen Dank.